Die Erkrankung ist hochinfektiös, das heißt irrsinnig ansteckend. Von 100 Leuten in einem Raum, die nicht geschützt sind, wenn die Kontakt mit einem Masenerkrankten haben, werden 99 Prozent mit ziemlicher Sicherheit erkranken. Das Tolle ist, dass ein zweimaliger Impfschutz eine lebenslange Immunität hervorruft. Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja und Bianca von gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. Masern sind eine harmlose Kinderkrankheit und eigentlich eh ausgerottet. Oder doch nicht? Immer wieder hört man von Masernausbrüchen in Österreich. Auch in letzter Zeit liest man immer wieder von Fällen in der Zeitung. Als Kinder wurden viele von uns geimpft, aber sollen wir auch unsere Kinder noch impfen lassen? Wir stellen heute alle diese und noch viele weitere Fragen. Zu Gast im gesund informiert Studio ist heute Dr. Michael Aromeit. Er ist Hausarzt und wird unsere Fragen beantworten. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schönen guten Nachmittag. Als erstes müssen wir mal klären, gibt es die Masern überhaupt noch oder ist die Krankheit eh schon ausgerottet? Leider ist die Krankheit noch nicht ausgerottet. Sie gibt sie mehr denn je. Wir haben aktuell einen Ausbruch in der Steiermark in ganz Österreich, aber auch in Europa und weltweit global gesehen, haben wir die letzten Jahre einen Zuwachs, einen stetigen Zuwachs. Immer mehr Masernfälle. Wenn man das ganz kurz in Zahlen gießen möchte, so waren es, glaube ich, 2023 für die Region Europa, nicht EU, sondern Europa, im Zeitraum von Jänner bis Oktober knapp 30.000 Fälle. Das mag jetzt nicht viel klingen, 30.000 Fälle, aber es ist 30 Mal so viel wie noch 20, 22, wo wir insgesamt 900, also knapp 1.000 Fälle verzeichnet haben. Ja, ganz klare Antwort, Masern gibt es. Es wird die Infektionszahlen mehr, die werden mehr und es ist eine gefährliche Erkrankung. Es ist nicht eine Erkrankung von Kindern, sondern es ist eine Erkrankung, die in jedem Alter auftreten kann, wenn man keinen ausreichenden Schutz hat. Und schützen kann man sich eigentlich nur durch die Impfung, die es seit den 1960er-Jahren gibt und seit knapp 1998 im kostenfreien Impfkonzept in ganz Österreich für alle kostenfrei ist in jeder Altersgruppe. Okay, also das heißt, die Masern sind bei weitem nicht ausgestorben. Es gibt mehrere tausend Fälle pro Jahr. Woran kann ich den Masern erkennen? Masern sind schwierig zu erkennen, denn bevor dieser typische Masernausschlag kommt, hat man unspezifische Krankheitszeichen. Unspezifisch heißt, man kann sie schwer deuten. Das sind Krankheitszeichen, Symptome, die auch bei jedem anderen Virusinfekt vorkommen können. Schnupfen, eine Binderhautentzündung, Fieber, erhöhte Temperatur, Gliederschmerzen, allgemeines Krankheitsgefühl. Diese Krankheitszeichen kommen eben bei sehr vielen Erkrankungen, viralen Erkrankungen vor. So typische Masernzeichen ist dieser Masernausschlag. Dieser Masernausschlag kommt aber erst circa vier, fünf Tage nach diesem, wir nennen das kataralische Stadium, dieses Rot-Stadium, wo man Nasenrinnen hat, Augenrinnen hat. Und das ist ein typischer Ausschlag, der hinter den Ohren beginnt, sich den Hals runterwandert über den gesamten Körper, begleitet wird von hohem Fieber. Ansteckend, übertragbar ist die Erkrankung aber schon vier Tage vor diesem Ausschlag und vier Tage nach diesem Ausschlag. Und die Erkrankung wird eben weitergegeben und da weiß der Patient noch gar nicht, dass er so derart infektiös ist. Das ist die Gefahr. Und die zweite Gefahr, die bei Masern laut ist, die Erkrankung ist hochinfektiös. Das heißt, irrsinnig ansteckend. Von 100 Leuten in einem Raum, die nicht geschützt sind, wenn die Kontakt mit einem Masenerkrankten haben, werden 99 Prozent mit ziemlicher Sicherheit erkranken. Das heißt, es kommt eigentlich keiner aus, wenn man damit Kontakt hat. Und das noch gefährlichere ist, auch wenn man keinen direkten Kontakt hat, kann man sich anstecken. In einem Raum, wo ein Masenerkrankter sich aufgehalten hat, ist bis zu zwei Stunden nachher immer noch eine Ansteckungsgefahr möglich. Und das ist die große Gefahr, die große Ansteckungsmöglichkeit und auch die lange Ansteckungsdauer, wenn man noch gar nicht weiß, dass man überhaupt jemanden anderen mit dieser Erkrankung infizieren kann. Das haben Sie jetzt schon angesprochen. Das heißt, wie werden die Masern übertragen? In einem Raum mit 100 Personen, wie kommen die Masern da rundherum? Die Masern ist ein Virus. Ein Virus, das kannst du nicht behandeln mit einem Antibiotikum, wie bei einer, sage ich mal, normalen Angina. Ein Virus ist ein Partikel, das immer eine Zelle braucht, um sich zu vermehren. Und durch das Husten, durch die Tröpfchen, durch die kleinsten Aerosole verbreiten sich die Viren im Raum und man kann sich eben durch diese Tröpfcheninfektion anstecken, wobei ein direkter Kontakt eben nicht notwendig ist. Das heißt, ich muss jetzt die kranke Person gar nicht berühren, sondern die Viren sind in der Luft. Ich muss sie nicht einmal gesehen haben und ich kann mich dennoch anstecken. Okay. Sie haben jetzt schon gesagt, ein Antibiotikum wirkt nicht, weil es ist ja ein Virus, das die Masern auslöst. Gibt es eine Behandlung für die Erkrankung? Eine direkte Behandlung, dass ich das Virus bekämpfen kann, gibt es nicht. Ich kann vorbeugen. Ja, das wäre die Impfung. Das ist der einzige Schutz, den ich habe. Ich kann aber Symptome versuchen zu lindern. Masern ist aber, oder die Infektion mit Masern ist keine einfache oder unkomplizierte Erkrankung. Und ganz im Gegenteil, eine Reihe von Symptomen und Nacherkrankungen, Beierkrankungen können auftreten. Das ist jetzt eine ganz schwere Mittelohrentzündung. Das sind Gehirnhäuter- und Gehirnhautentzündungen. Das sind Leberentzündungen. Das ist ein zerfallender Blutplättchen, das ich für die Blutstillung brauche. Und gefürchtet sind natürlich auch noch die durch Maserninfektionen vorkommenden Lungenentzündungen. Wie kann man diese Gefährlichkeit oder diese Brisanz dieser Erkrankungszeichen oder Erkrankungen unterstreichen? Im letzten Jahr sind fast 60 Prozent, also 60 Erkrankte von 100, sind im Spital behandelt worden. Ein Großteil auf Intensivstationen. Und besonders gefährdet sind eben Menschen, die man noch nicht schützen kann durch eine Impfung. Die sind neugeborene Säuglinge, die sind Menschen mit Erkrankungen des Immunsystems wie HIV, Menschen mit Rheumatherapien, Menschen mit Krebserkrankungen. Aber auch Schwangere kann ich nicht impfen. Und die sind natürlich besonders empfänglich und besonders gefährdet. Und was noch ein wichtiger Aspekt der Maserninfektion ist, dass das Immunsystem massiv geschwächt wird. Und diese Schwächung des Immunsystems passiert während der Erkrankung und die hält über viele Jahre an. Das heißt, es können sich Bakterien leicht im Körper breit machen, die auch wiederum zu schwersten Entzündungen, Lungenentzündungen, Halsentzündungen, Ohrenentzündungen führen können und weitere Komplikationen machen. Und die gefürchteste aller Komplikationen ist eine, wir nennen das in der Medizin super akute sklerosierende Panencephalitis. Das ist ein langes Wort, ich weiß. Leihenhaft ausgedrückt ist es ein Hirnzerfall, ein Zersetzen des Gehirns. Und diese Erkrankung setzt circa sechs bis acht Jahre nach einer durchgemachten Maserninfektion ein. Das Gefährliche daran ist, die verläuft in jedem Fall tödlich. Es ist eine seltene, aber eine sehr gefürchtete Komplikation. Und sie tritt vor allem auf, je jünger der Patient ist. Insbesondere sind hier die Kinder betroffen und die immungeschwächten Personen. Sind das denn auch die Menschen, für die die Masern dann besonders gefährlich sind? Oder also jene Menschen, die sich nicht impfen lassen können? Genau. Masern sind insbesondere für Menschen gefährlich, die keinen Impfschutz haben. Der Nestschutz, das heißt der Schutz über die Muttermilch, hält nur drei, vier Monate maximal an. Säuglinge und Neugeborene sind besonders betroffen. Komplikationen sind besonders häufig. Verläufe sind besonders schwierig. Wir können aber die Kinder noch nicht impfen, diese Kleinen. Eine Impfung ist empfohlen ab dem neunten Lebensmonat. Im Ausbruchsfall, im Epidemiefall, den haben wir jetzt auch in der Steiermark, ist eine Impfung ab dem sechsten Lebensmonat möglich. Wie schaut es denn aus mit älteren Personen? Ist dieser Mythos Kinderkrankheit, stimmt der oder kann es auch ältere Personen treffen? Masern ist keine Kinderkrankheit. Die Erkrankung kann jeden treffen, in jedem Alter. Und vor allem, es gibt Menschen, so die Mid-Ages, wo einfach die flächendeckende, durchgehende Impfung noch nicht angeboten wurde. Und hier ist natürlich auch zu schauen, ob ein Impfschutz gegeben ist. Sie haben gesagt, die Impfung gibt es seit den 1960er Jahren, stimmt das? Ja, die Impfung gibt es seit den 1960er Jahren. Die Impfstoffe wurden weiterentwickelt. Das sind sichere Impfstoffe. Und das ist ein Impfstoff, ein lebend Impfstoff. Und Schwangere zum Beispiel, Krebskranke, die eine Chemotherapie haben, Menschen, die eine Rheumatherapie haben, die können wir mit lebend Impfstoffen nicht impfen. Was ist ein lebend Impfstoff? Man kann sich vorstellen, das sind abgeschwächte Viren. Und der Körper setzt sich, das Immunsystem setzt sich mit diesen Viren auseinander, baut eine Immunität dagegen auf und würde im Fall, dass ein Masernvirus in den Körper eindringt, dieses sofort erkennen und eliminieren. Diese Impfung ist eine Kombinationsimpfung. Das heißt, es wird nicht nur gegen Masern geschützt, sondern auch gegen Mumps und gegen Röteln. Alle drei Krankheiten sind gefährliche Erkrankungen. Vor allem die Röteln auch im Rahmen einer Schwangerschaft zu schweren Schäden am Embryo führen kann. Viele heute auch erwachsene Menschen sind ja als Kind schon geimpft worden. Wirkt die Impfung immer noch? Muss man auffrischen? Wie schaut denn das aus? Das Tolle ist, dass ein zweimaliger Impfschutz eine lebenslange Immunität hervorruft. In den meisten Fällen, ich würde sagen in 99 Prozent der Fälle, ganz wenige, ungefähr ein Prozent, sind Impfversager, sage ich jetzt einmal. Aber wenn 95 Prozent der Gesamtbevölkerung einen Impfschutz aufweisen, sind genau diese ein Prozent geschützt. Und wenn 95 Prozent aller in der Bevölkerung geimpft werden, dann würde sich das Virus nicht mehr verbreiten können. Und wir würden auch diejenigen schützen können, die sich eben nicht impfen lassen können. Ist das die sogenannte Herdenimmunität? Das ist genau diese Herdenimmunität. Der Virus würde nicht weiter von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Und wir würden, wenn wir 95 Prozent durch Impfungsquote erreichen würden, dieses Virus eliminieren können. Warum können wir es eliminieren? Erstens, das Virus mutiert nicht gern, so wie zum Beispiel das Coronavirus. Es ist stabil. Zweitens, die Impfung ist derart gut und wirkt derart gut, dass wir einen massiv hohen Impfschutz haben. Und der dritte Grund ist, nur der Mensch ist Lebensumfeld des Virus. Das heißt, der Virus wird immer nur von Mensch zu Mensch übertragen. Und deswegen würden wir unter der Voraussetzung einer hohen Durchimpfung in der Bevölkerung den Virus eliminieren können. Ich unterbreche jetzt kurz für eine Frage. Gefällt dir unser Podcast? Wenn ja, dann erzähle doch auch anderen davon. Du hilfst uns damit, verlässliche und unabhängige Gesundheitsinfos an möglichst viele Menschen zu bringen. Abonniere unseren Podcast und teile Folgen in sozialen Medien. Danke für deine Unterstützung und schon geht es weiter. Ich nehme jetzt mit, wichtig sind zwei Impfungen. Das heißt, ich sollte mal nachschauen in meinem Impfpass, ob ich wohl zwei Impfungen bekommen habe. Was ist denn, wenn da nur eine Impfung drin steht? Wenn nur eine Impfung gegeben worden ist, dann ist die Empfehlung, die zweite einfach nachzuholen, so bald als möglich. Das Gute ist, die Impfung und der Impfstoff sind auf jeden Fall kostenfrei in ganz Österreich erhältlich. Auch für alle Altersgruppen, nicht nur für Kinder? Für alle Altersgruppen. Sie haben jetzt schon einiges erwähnt, aber vielleicht können wir es noch einmal zusammenfassen. Was sind denn die Vorteile der Impfung, also der Masernmumsrötel-Impfung? Und gibt es auch Nachteile? Nachteile gibt es keine. Das ist schnell zusammengefasst. Es gibt natürlich, wie bei jeder Impfung, Wirkungen und unerwünschte Wirkungen. Es gibt Impfreaktionen, die muss man ganz klar abgrenzen zu Impfkomplikationen. Eine typische Impfkomplikation könnte sein, wenn ich allergisch gegen einen Bestandteil der Impfung bin. Das ist gut handelbar. Jeder Arzt weiß in dieser Situation, was zu tun ist. Was kann sein, wenn man sich impfen lässt? Was sind so Impfreaktionen? Eine Rötung an der Impfstelle, Masernimpfstoff, Mumps- und Rötelimpfstoffe sind Impfstoffe, die sehr gut wirken. Und deswegen kann man auch erhöhte Temperatur, leichtes Fieber bekommen, so sieben bis zehn Tage nach der Impfung. Es gibt auch so etwas wie Impfmasern. Es ist ein abgeschwächter Virus, der geimpft wird. Diese Impfmasern imponieren erstens durch ein Fieber, erhöhte Temperatur und einen leichten Ausschlag. Die sind nicht ansteckend, die sind harmlos, die vergehen wieder. Eine sehr seltene, mögliche, unerwünschte Reaktion auf den Körper, auf die Masernimpfung ist, einen vorübergehenden Abfall der Blutplättchen. Das ist vorübergehend und in der Regel nach ein, zwei Wochen wieder völlig normal im Blutbild zu sehen. Merkt man das überhaupt oder müsste man das im Blut anschauen? Das würde man schon merken. Man würde so kleine punktförmige Blutungen vielleicht an der Hautoberfläche im Bereich der Unterschenkel sehen, den einen oder anderen blauen Fleck. Dieser Abfall der Blutplättchen ist, wie gesagt, vorübergehend und es sind keine langwierigen oder andauernden Folgen zu sehen. Es hat in den 90er Jahren einen Chirurgen gegeben, einen britischen gegeben, der hat seine ärztliche Zulassung verloren, der hat eine Studie gefälscht und hat eine Behauptung aufgestellt, Masernimpfungen würden Autismus verursachen können. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das habe ich auch gelesen. Ja, das ist der große Mythos Autismus und Masernimpfung, der uns über viele Jahrzehnte schon begleitet. Die gute Nachricht, nein, diese Studie ist widerlegt worden. Nein, Masernimpfungen machen selbstverständlich keine Störungen im Autismus-Spektrum. Wie ist zu dieser Geschichte gekommen? Ein britischer Chirurg hat eine Studie gefälscht. Es war eine erstens qualitativ sehr schlechte wissenschaftliche Arbeit mit ganz wenig Fallzahlen und die Zahlen, die er präsentiert hat, hat er nachweislich gefälscht. Daraufhin hat er natürlich seine Zulassung verloren. Aber, und das ist das Gute an der Wissenschaft, wenn man eine Behauptung aufstellt, dann gilt es, eine Behauptung zu beweisen oder als falsch darzulegen. Und aufgrund dessen haben sehr viele Wissenschaftler, sehr viele Universitäten eben diese These, Masernimpfungen könnten eine Störung im Autismus-Spektrum auslösen, untersucht. Und in allen diesen Studien konnte diese Behauptung, dieser Mythos eindeutig widerlegt werden. Und zwar nicht an einer ganz geringen Zahl, sondern in einer Population, das heißt in einer Studienzahl von weit über mehreren Millionen Geimpften. Das ist ein Mythos, der zum Glück entkräftet werden konnte. Eine Frage noch zur Impfung. Sollte ich mich denn auch impfen lassen, wenn ich als Kind die Masern gehabt habe? Wie gesagt, die klinische Diagnose rein aufs Anschauen, aufs Untersuchen beschränkt, ist eine sehr schwierige. Wenn ich Masern gehabt habe, habe ich im Immunsystem im Blut nachweisbar Antikörper. Die müsste man bestimmen, um zu beweisen, dass ich wirklich Masern gehabt habe. Wenn das nicht vorliegt, dann würde ich mich in jedem Fall impfen lassen, wenn keine Impfung nachgewiesen worden ist, denn ein Überimpfen gibt es nicht. Das heißt, man kann nicht zu viel impfen? Es gibt kein zu viel Impfen, genau. So ist es. Gibt es noch andere Möglichkeiten, mich vor den Masern zu schützen, außer die Impfung? Die lebenslange Isolation in einer Höhle. Das ist keine Möglichkeit, würde ich jetzt behaupten. Das ist ja schlechte. Ja, okay. Ich habe jetzt eher daran gedacht, was uns aus der Corona-Pandemie auch bekannt ist, Hände waschen, Abstand halten, hilft das was? Es ist zu wenig. Wie gesagt, die Ansteckbarkeit des Virus ist derart hoch. Auch wenn ich in einem Raum bin, wo vor zwei Stunden ein infizierter Masern erkrankter war, ich könnte mich immer noch anstecken. Der einzige Schutz besteht eben durch die Impfung. Wo finde ich denn zu diesem Thema geprüfte Infos? Und vor allem, wen kann ich fragen, wenn ich mich informieren will? Erste Anlaufstelle sollte immer der Familienarzt, der Kinderfacharzt, der Allgemeinmediziner, der Hausarzt sein. Sehr gute Informationen finden Sie auf der Seite der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin unter www.vorsorgemedizin.st Und natürlich auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit. Dort sind auch ganz viele Informationen, geprüfte Informationen über die Erkrankung, Infektionswege und Behandlung drinnen. Dann sind wir schon am Ende der Folge angelangt und ich versuche, das Wichtigste noch einmal zusammenzufassen. Also ich habe mir gemerkt, dass die Masern eine sehr ansteckende Krankheit sind, die durch ein Virus übertragen werden. Das Virus wird nur von Mensch zu Mensch übertragen und mit der Impfung hätte man die Chance, das Virus auszurotten. Dafür braucht es eine sehr hohe Impfrate und wichtig ist, dass man zweimal geimpft wird, damit man den besten Schutz hat. Es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Das sind zum Beispiel Babys bis zum sechsten Lebensmonat, schwangere Frauen und Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Auch dafür wäre es wichtig, eine hohe Impfrate in der Bevölkerung zu haben, dass diese Personen auch geschützt sind. Gut, dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt und die ist bei uns immer die gleiche. Herr Dr. Aromeit, was ist denn Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben? Glücklich zu sein. Jedenfalls ein Tipp, den wir uns mitnehmen werden. Das war es für heute. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Wir hoffen, diese Folge hat dir zu Hause gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder dem Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreibe uns unter gesund-informiert at gfstmk.at Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Baba, Bianca und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bis zum nächsten Mal.